Aufbruch zu einem kurzen Fotowork in den Elben. Ich habe meinen verlängert Wochenende in der Ursache noch mal freigenommen. Einmal gesportiert zu Timo, klappt aber nicht wegen der Corona-Epidemie. Timo hat heute gewollt, ich danke viel an ihn. Mal gucken, ob ich heute ein paar Bilder machen kann, denn ja, dann zeigen sie euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.